Leute, es gibt gute und es gibt schlechte Neuigkeiten über X-Defined. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Vorweg erstmal, wenn du dich für weiteren COD- oder auch X-Defined-Content interessierst, darfst du gerne mal den Kanal abchecken. Hier folgen die Woche mal ein paar Videos. X-Defined ist noch nicht draußen, aber wenn es draußen ist, wird auf jeden Fall mehr Content darüber folgen. Wenn nicht, kannst du dir das letzte Video reinziehen. Da habe ich ein bisschen über die Season 1 geredet. Aber Leute, was habe ich für neue News? Viele Leute haben hier spekuliert, dass X-Defined dieses Wochenende oder vergangenes Wochenende rauskommen sollte. Es gab einen YouTuber, der hat ein Open World, nenne ich es einfach mal Event gemacht, mit ganz vielen YouTubern oder Pro-Gamern eher gesagt, die in sehr vielen Shootern ein Turnier machen und X-Defined auch. Also X-Defined darunter. Das Ganze ist, viele Leute haben spekuliert, dass X-Defined auch ein Short-Release sein wird, also ein Release ohne, ohne dass wirklich viel Werbung gemacht wurde. Wie soll der YouTuber Ludwig auf einem noch nicht veröffentlichten Shooter sein Event starten? Da hat Ubisoft ihm tatsächlich einen privaten Server oder eine private Lobby gehostet. Ich denke mal, da gehört sehr vieles erstmal zu, um das erstmal schon mal hinzubekommen. Aber was haben wir jetzt für gute und für schlechte Neuigkeiten? Ursprünglich war es ja geplant, dass X-Defined Mitte September, Ende September released wird. Wir haben jetzt heute den 07.09.2023 und wir haben schon fast Mitte September und wir haben noch keine Promophase von X-Defined erhalten haben. Also es ist sehr wenig veröffentlicht worden von X-Defined persönlich aus. Finde ich ein bisschen schade. Also es wird auf jeden Fall kein Shadow Drop kommen oder Shadow Release. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall, wenn es irgendwann mal soweit ist, wenn Ubisoft soweit ist, eine sehr lange Vorbereitungsphase haben, um uns auf das Spiel einzustellen. Da wird von Ubisoft in der Zeit bestimmt auch sehr viel Promo passieren. Die einzige Promophase, die wir bisher hatten, war wirklich die Beta, wo ich nicht eingeladen wurde. Ja, finde ich schade. Ne, Spaß, ich konnte sie ja spielen, ich hatte leider keine Zeit. Aber es gibt auch gute News, ja. Man kann jetzt in der Ubisoft-App die ersten Achievements, also die ersten Errungenschaften erlesen. Ich werde das mal hier einblenden, was ich dazu gefunden habe. Daraus kann man auf jeden Fall entnehmen, dass Ubisoft stark daran arbeitet, das Spiel endlich zu releasen. Nur noch nicht soweit sind, dass sie wirklich sagen können, okay, dann und dann kommt es raus. Ich weiß nicht, was im Hintergrund abgeht. Aber Mark Rubin hat ja auch was veröffentlicht. Auch eine kleine Einblendung. Ich muss es jetzt mal selber vorlesen. Das bedeutet so viel wie, es wird kein Shadow Drop kommen, also kein Shadow Release. Es wird dazu kommen, dass man eine sehr lange Vorbereitungsphase hat, wie auch eben schon erwähnt. Finde ich geil, ja. Bedeutet, man kann sich Urlaub nehmen für den Drop. Und es wird nicht zwei, drei Tage veröffentlicht, sodass man keinen Zeitpunkt hat, es einzuplanen, wann X-Defined rauskommt. Tatsächlich kann ich dann bisher nur noch auf mein erstes Video verweisen. Da, wo ich ein bisschen auf X-Defined Season 1 drauf eingegangen bin. Reden wir so ein bisschen über die Waffen, über die Operator, die rauskommen. Die Fähigkeiten, die die Operator haben. Aber sonst ist bisher noch nicht viel veröffentlicht, leider, ja. Ich denke mal, viele sind enttäuscht. Aber man kann es Ubisoft nicht vorwerfen, weil sie haben ja auch noch kein Release gesagt. Ich hoffe mal, dass sie wirklich jetzt noch in den nächsten drei Wochen bis Ende September auf jeden Fall was veröffentlichen, was dazu führt, dass der erste Hype losgeht zu X-Defined. Und dass man sich auf jeden Fall freuen kann. Oder nochmal eine Alpha oder eine Beta kommt. Eine spontane, dass man sich auf jeden Fall auf das Spiel einstellen kann. Aber ja, Friends, das ist der Stand der Dinge. Und genau, an der Stelle bedanke ich mich bei dir fürs Zusehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.